Heute stand für uns das letzte Testspiel der USA Tour an und der Gegner war kein geringerer als Real Madrid und das Spiel begann schnell. Bereits nach 10 Sekunden war der Ball im Tor. Real spielte eine einstudierte Anstoßvariante und überrascht Juve komplett. Glücklicherweise nahm der im Abseits stehende Valverde den Ball auf, weshalb das Tor am Ende nicht zählt. Aber hätte er den Ball durchlaufen lassen, wäre es das 1 zu 0 gewesen. Nach 10 Sekunden. Auf diesem Level darf man sich einfach nicht so überrumpeln lassen. Auch wenn es am Ende nicht bestraft wurde, darüber muss man sprechen. Wie schon gegen Barcelona stellte sich Juve die ersten 10 Minuten hinten rein und das Spiel bestand aus viel Druck von Real. Juve zeigte kaum Kreativität, hatte wie immer kein gezieltes Aufbauspiel und machte viel zu viele Fehler. Sowohl technisch als auch taktisch. Zum Glück für Juve konnte aber auch Real ihren Ballbesitz nicht richtig ausspielen. Zumindest vorerst. Nach 12 Minuten hatte Juve dann die erste Gelegenheit per Freistoß. Bonucci schoss direkt und traf die Latte. Ein sehr schöner Freistoß, aber auch wie Fagioli den Freistoß rausgeholt hat, war sehr sehr stark. Er ist ohne Angst gezielt ins Dribbling gegangen, um diesen Freistoß zu ziehen, weil es die einzige Möglichkeit war im Ballbesitz zu bleiben. Phänomenal. Aber nur 6 Minuten später, in der 18. Minute gab es dann Elfmeter für Real. Ein sehr schwacher Ballverlust von Juve im Angriff. Und sehr unnötig vor allem. Blauvic will den Angriff abbrechen, spielt zurück, Danilo passt nicht richtig auf, bekommt dadurch den Ball nicht, Benicio schnappt sich die Kugel, geht in den Strafraum und der zurücklaufende Danilo foult. Benzema lässt sich die Chance natürlich per Elfmeter nicht entgehen. Aber das war ganz ganz schwach von Danilo und das kennt man so nicht von ihm. Man muss sagen, im Ballbesitz spielte Juve gut, zumindest in der gegnerischen Hälfte. Allem voran, das Mittelfeld machte einen sehr sehr guten Job. Das Problem war aber, dass man nicht entscheidend ins letzte Drittel kam und wenn Real nach vorne kam, wurde es gefährlich. Weil wie ich seit Monaten sage, unsere Abwehr einfach nicht gut genug ist. Vor allem nicht gegen solche Gegner in solchen Spielen, da können wir einfach nicht mithalten. Nach dem 1-0 gab es auf beiden Seiten lange keine Chancen. Beide Teams machten viel zu viele Fehler und spielten ihren Ballbesitz sehr sehr unsauber aus. Erst nach 42 Minuten gab es mal wieder einen Abschluss durch Vinicius und selbst der war eigentlich nicht nennenswert. Mit dem 1-0 ging es dann auch in die Halbzeit. Und wie schon gesagt, es war ein Spiel, in dem sehr sehr viele Fehler gemacht wurden. Bremer, Fagioli und Locatelli waren überragend. Der Rest bei Juve war jedoch sehr sehr enttäuschend. Ob Bonucci, Alexandro und Danilo, die sehr viele Nachlässigkeiten im Spiel hatten, oder auch ein Vlajovic, der massive Probleme bei der Ballkontrolle hatte. Selbst ein Di Maria war nicht gut. In Halbzeit 2 gab es die erste richtige Chance erst nach 58 Minuten durch Cavacal. Real spielt sich gut in den Strafraum, Cavacal kommt frei zum Schuss, schießt aber relativ zentral auf Perrin, der den Ball locker hält. Das Spiel hat sich aber generell nicht wirklich verändert. Wenn sogar eher in die falsche Richtung aus Juve-Sicht. Real hatte im Ballbesitz keine Probleme, den Ball zu halten, scheiterte meistens nur am letzten Pass oder am Abschluss. Juve hingegen zeigte kaum etwas. Drei Minuten nach dem Abschluss von Cavacal zeigte Perrin mal wieder, was für ein fantastischer Keeper er ist. Ein sehr guter Schuss von Karim Benzema aufs lange Eck, Perrin konnte aber zur Ecke abwehren. Eine sehr sehr starke Parade. Danach wechselte Real einmal komplett durch, aber selbst mit der Zweitbesetzung änderte sich nicht viel. In der 69. Minute dann das verdiente 2 zu 0 für Real und wie ich schon sagte, es lag eigentlich nur daran, dass Real vorher den letzten Pass oder halt den Abschluss nicht sauber spielte. Real konnte sich durch die schwache Juve-Defensive spielen, wie sie wollten. Und Juve konnte mehr oder weniger froh sein, dass es nur 2 zu 0 stand und nicht 4 oder 5 zu 0. Daraufhin passierte in dem Spiel nicht mehr so viel und das Spiel endete dann auch mit dem 2 zu 0. Und ich will den Teufel jetzt nicht wegen eines Testspiels an die Wand malen, aber so wird das nichts diese Saison. Mit dieser Defensive, mit diesem Spielstil in die Saison zu gehen ist fahrlässig und es muss mindestens noch ein spielstarker Innenverteidiger kommen und ein Linksverteidiger. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich ständig. Aber wenn man jetzt bei Juve nicht die Baustellen endlich erkennt und die Probleme löst, dann verspielen wir die Champions die Qualifikation. Und von der Meisterschaft rede ich da schon gar nicht mehr. Ich mache mir wirklich Sorgen. In 2 Wochen beginnt die Liga und der Kader und der Spielstil sind immer noch ein Desaster. Aber was meint ihr? Glaubt ihr Juve kriegt die Kurve noch oder seid ihr generell zufrieden mit dem aktuellen Status? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like, Daumen den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.